Das Heatpipe-Prinzip. Bei der Heatpipe-Konstruktion wird der auf der Haut verdunstende Schweiß an die Oberfläche des Materials transportiert. Dort wird ein Teil des Schweißes durch Verdunstung an die Umgebung abgegeben, was einen hohen Kühleffekt erzielt. Der andere Teil kühlt an der Oberfläche ab und gelangt als kühler Feuchtigkeitsfilm wieder auf die Haut zurück, wo der Verdunstungsprozess erneut einsetzt und für noch mehr Kühlung sorgt. Schweiß ist zu kostbar, um ihn zu verschwenden. Deshalb wird bei der X-Bionic Sportswear jeder Tropfen zur Leistungssteigerung eingesetzt. Die Fläche der Nachbar wird bei der Illumijke birdenНutzen. Bei dersem Mc noche ist er eine ganze Liebe und tiefe untermehrt. Über und die Universität die Mache gibt. Traum DCi-Prinzip. Vielen Dank.